Herzlich willkommen! Wie Sie typische Fehler aus Ihren Fotos entfernen, erfahren Sie jetzt in etwa einer Minute. Hier stört das Flugzeug das tolle Kinderfoto. Einfach das Objekt markieren, und zwar ruhig großzügig. Auf den Button Entfernen klicken und das störende Objekt verschwindet. Der Hintergrund bleibt erhalten. Es gibt keine Lücken oder Unschärfen. Im nächsten Beispiel sieht man das noch besser. Hier stört eine Ampelanlage den schönen Abendhimmel. Wie vorher. Markieren, entfernen und weg ist sie. Wichtig dabei, das Programm erkennt die Wolken im Hintergrund und die bleiben, wo und wie sie sind. Noch ein typisches Beispiel. Stromleitungen oder Kabel. In diesem Bergpanorama entfernen wir die Seilbahn und die Seile. Das Programm analysiert Vorder- und Hintergrund und entfernt die lästigen Dinge, die Sie in Urlaubsbildern, Familienfotos oder anderen Erinnerungen nicht haben wollen. Hier nochmal der direkte Vorher-Nachher-Vergleich. Vorher-Nachher. Gleich zur nächsten praktischen Funktion von Ausschneiden. Fotomontagen. So können Sie ganz einfach ein Objekt ausschneiden und in ein anderes Foto hinein montieren. Zuerst das gewünschte Objekt ausschneiden. Hier die Familie. Dazu markieren Sie den Hintergrund, den Sie entfernen möchten. Das muss nicht übermäßig präzise sein. Das Programm erkennt sofort, worum es geht. Dann das Bild auswählen, in das Sie Ihr ausgeschnittenes Objekt einsetzen möchten. Hier das Touch Mahal. Das ausgeschnittene Objekt an die richtige Stelle positionieren. Fertig ist die Fotomontage. In drei einfachen Schritten. Klicken Sie jetzt auf den Button und entdecken Sie weitere praktische Funktionen.